Moinzeit! Hallo Herr Finch. Alle gut, bleiben Sie sitzen. So, was habt ihr zum Werbespot von Bobby Blizzard? Ich glaube, dieses Mal haben wir uns selbst übertroffen. Stellen Sie sich vor, eisige Kälte. Im Hintergrund Gletscher und alles voller Eis. Dann, auf einmal, knallt die Bobby Blizzard Flasche in die Mitte und darunter der Werbespruch des Likörs reiner See. Warte mal, gab's doch schon. Ernsthaft. Jara? Deshalb kam mir das so bekannt vor. Alles klar, kein Problem, streich das. Knaller. Wir versuchen es mit Natur. Natur kommt immer gut an. Stellen Sie sich vor, wir sehen wunderschöne Luftaufnahmen. Ein Wald. Wir fliegen über diese wunderschöne Natur und lassen einem Sprecher mit tiefer Stimme drüber sprechen. Bobby Blizzard. Ah, halt, stopp! Wenn jetzt eine Perle der Natur kommt, fliegst du mit dem Stuhl aus dem Fenster. Willst du mich bearschen? Okay, okay. Einen haben wir noch. Sex sells ist das Motto. Stellen Sie sich vor, wir sehen einen wunderschönen Frauenbauch. Wie die Kamera da leicht drüber fährt. Und dazu ein wunderschöner französischer Ensemble. Sie sagt, die Bobby Blizzard, die so schön hat geprickelt. Jetzt, jetzt mal ernsthaft. Habt ihr überhaupt schon mal Bobby Blizzard probiert? Nein. Ach du Scheiße. Geil, wa? Ja. Fürstenbach. Der Schluck zum Glück. Jeder Schluck. Zuksam. Der Schluck. Die Schluck. Die Schluck. Ich heer.